Da war doch was. Da war doch noch ein Lied, was geschrieben werden wollte von dir. Es klopft an deiner Tür und es sagt, schreibe mich. Und ich sag nein, ich habe leider in meinem Kopf gerade keinen Platz für dich. Eigentlich. Denn der ist zu sehr beschäftigt mit seinen Angstzuständen. Hängt an Vergangenem und kann selten an was anderes denken. Ich würd dich gerne schreiben, liebes Lied. Doch ich weiß nicht, wie mir geschieht, weil mein Verstand da keine Perspektiven sieht. Und dann on top noch diese hohen Perfektionsansprüche, die dazu führen, dass ich wieder ins Gewohnte flüchte. Ich bin das Denken Leid, doch Kontinuität scheint meinem Kopf noch wichtiger zu sein als Lebensfreude. Sag, wann bin ich einfach nur ich selbst? Nicht mehr länger Architekt von einem Identitätsgebäude. Ich bin das Denken Leid, doch nicht mehr als Lebensfreude. Ich bin das Denken Leid, doch ich bin das Denken Leid. Ich bin das Denken Leid. Ich bin das Denken Leid. Vielen Dank.